Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, wir haben Sie wieder, diese merkwürdigen Polyesterfäden. Ich weiß nicht, ob man sie hier sieht, aber hier wehen sie überall herum über dieses Feld und es ist bemerkenswert. Ich weiß, man sollte den Mist, wenn geht, nicht berühren, aber das ist auf jeden Fall sehr interessant. Ich kann die Probe mal mitnehmen. Ende.